hallo und einen wunderschönen guten abend für ja keine ahnung wie viele was wollte ich das wollte ich einmal das weg machen einmal das weg machen ihr kennt das prozedere mittlerweile und damit ich euch auch sehe das wieder hin machen gut wunderbar ja ich starte das spiel nebenbei schon und wie üblich gibt es heute wieder ein bisschen might magic ich weiß gar nicht wie weit ich jetzt bin in dem spiel ehrlich gesagt ich wurde gestern von von exo war das genau von dem wurde ich gestern mal gefragt und habe mir da selber gedanken macht ich glaube tatsächlich so circa 50 prozent dürfte ich geschafft haben also rein von dungeons her definitiv noch nicht okay aber ich glaube so ein paar dungeons die kann ich mittlerweile recht schnell durchlaufen einfach weil ich da glaube ich schon gut gelevelt bin ach und ich wollte doch eigentlich noch schauen ja wie ich diese beiden gegenstände noch loswerde habe ich jetzt leider nicht gemacht gut ja muss ich mal gucken so sehr stören sie im inventar moment ja auch nicht was ich heute auf alle fälle machen will dafür hatte ich mir nämlich auch so ein paar sachen schon aufgeschrieben beziehungsweise viele der sachen hatte ich ja vorher schon aufgeschrieben und zwar die obelisken das heißt wir werden heute auf eine schöne weltreise noch gehen und ja die schreine will ich noch mal durch forsten moment muss man gleich gucken was wir für einen monat jetzt mittlerweile haben und was ich mir auch noch aufgeschrieben hatte was jetzt in dem sinne keine quest oder so ist das ist für mich halt ganz gut weil ich wollte ja das hatte ich auch schon mal gesagt ich wollte ja alle fähigkeiten auf meister bekommen ich habe mir mal aufgeschrieben wofür man was für eine stufe braucht also grundsätzlich bei den waffen immer stufe 8 bis auf antike waffen das ist noch eine ausnahme wo jetzt habe ich gespoilert also da braucht man gar keinen wert da muss man eine andere bedingung erfüllt haben magie grundsätzlich schon mal auf 12 mal abgesehen von luft spiritueller licht und schatten magie luft ja muss man halt die jetzt mal überlegen den hexer auf auf die höchste stufe gebracht haben also auf den höchsten rang der was war es dann der hexen meister ne erzmager genau aber haben wir ja schon hier spirituell fand ich ganz interessant da muss man nämlich kleriker zum hohepriester befördert haben könnte ich also schon auf meister machen so ein licht braucht man halt einen engelsgleichen ruf den wir gott sei dank jetzt sogar schon haben vielleicht hole ich mir die sogar nebenbei schon mal die meisterschaft darin und schatten braucht braucht man halt einen berüchtigten rufen wenn wir licht magie auf meister gebracht haben können wir gleich auch schatten magie noch auf meister bringen ja wie gesagt ich mache heute eh eine weltreise also ja würde sich das ja auch anbieten so dann die rüstung muss man grundsätzlich alle auf 10 bringen bis auf die panzer rüstung die einzige die ich mittlerweile auf 10 habe glaube ich ja aber da hatte ich vorher schon die meisterschaft glaube ich drin aber rüstungsschild eingeschlossen übrigens ja auf 10 bringen und alle sonstigen fertigkeiten also alles was hier ist oder verschiedene die immer auf 7 und da muss man dann halt immer noch ein bestimmtes attribut auf mindestwert haben aber doch das sollte das sollte funktionieren ich guck mal kurz irgendwas noch besonders niedrig 42 ist das niedrigste bisher 41 ist das niedrigste reicht aber auch noch ich glaube das höchste was man irgendwo mal brauchte war 40 glaube ich und einmal ich weiß jetzt nicht mehr für was ich glaube für diplomatie war das müssen wir einen ruf von mindestens 200 haben den haben wir auf jeden fall wir haben ja 1000 wir sind ja sogar heilig das heißt ja dass wir da jetzt langsamer loslegen könnten gut apropos loslegen und hi wie geht da hallöchen ähm apropos loslegen ich wollte erst mal gucken welchen monat wir haben ganz wichtig ach man so so hier auf der juli ich glaube juli war doch sogar neustorpigal oder im osten von neustorpigal da waren hier noch mal der obelisk er quatsch nicht der obelisk der schreien aber der war doch auf einer der inseln glaube ich oder da fällt mir gerade ein das können wir auch stimmt sie kann ja auch tag der schutz ist jetzt machen macht bei ihrem moment wenig sinn aber jetzt muss ich tatsächlich so ein bisschen aufpassen dass ich nicht durcheinander kommen und die sprüche ich sprüche mit den falschen leuten kaste so kurz warten hier kann sein dass das hier war ich glaube ja wir gucken einfach mal ich muss wie gesagt kurz warten bis unser magier unser erz magier so viel zeit muss sein bis der halt wieder zaubern kann ach so ja das sind ja die dorfbewohner da so ja machen wir gleich fliegen der ist ein bisschen universeller einsetzbar da so ich habe immer noch nicht die steuerung dafür umgestellt ach moment ne hier sind ja doch gegner oh gott das sind ja auch noch ganz viele gegner ja gut nehmen wir die auch noch auseinander oder die uns je nachdem obwohl moment hier würde sich ja jetzt was anbieten zwar um zumindest mal diese ganzen kleinen gegner aus dem weg zu räumen welcher waren das jetzt noch mal also hier entferne ach so kann gar nicht im freien das ist ja nicht mal wirklich gefährlich jetzt gerade aber wie gesagt die geräusche ne aber es macht ja sinn dass man die nicht im freien springen kann weg mit dir einfach weil ja weil man halt ein extrem weites sichtfeld hat und damit weiß ich wieviel an areal abdecken könnte genau so das wollte ich sagen man merkt wieder ich bin so überhaupt nicht multitaskfähig reden und gleichzeitig spielen das geht bei mir so gar nicht so wow ich habe ich gar nicht gesehen da eben vor dem baum na treffe ich euch ja den zumindest so dann euch zwei noch schnell so und irgendwo da hinten ist noch einer aber ich sammle erstmal ganz in ruhe auf hier okay das klang eben ein bisschen abrupt so 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 nichts liegen lassen ich meine das ist jetzt praktisch kein ach da sind keine nennenswerte beträge mehr die wir hier kriegen 31 49 noch immerhin mal 7 teilweise noch im einstelligen bereich aber ja nice to have quasi so weil hier ist kein schreien oder doch was moment ist doch juli oder ja 7 juli und juli ist ist doch nice hop egal ja okay gut laut der liste soll das hier der richtige schrein jetzt sein oder habe ich den ne hallo ne den hatte ich da hatte ich den ich glaube nicht also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern hm naja gut nehmen wir erstmal so hin und dann schauen wir mal wegen das waren die obelisken naja wegen den ganzen obelisken äh wo habe ich die 1 2 und 3 das hebe ich mir mal noch auf das sind nämlich die wirklich harten blackshire ok da können wir uns direkt hin teleportieren das passt und hi kitty hallöchen so und zwar äh irgendwo im osten hatte ich mir aufgeschrieben boop so ok da ist noch eine menge unerforschtes gebiet äh haben wir noch ein bisschen was zu tun oder auch nicht wenn ich den gleich finde weiß ich jetzt nicht hier ist der zirkus auch schon mal gut zu wissen da hatte ich auch irgendwo noch eine liste stimmt euch gibt es ja auch wow die machen auch immer noch einige sein schaden ich weiß halt nicht ob ich jetzt einfach zu schwach bin für mein level also zu schlecht geskillt diese geräusche Hilfe ähm oder oder ob die wirklich noch so schwer sind aber da ist irgendwas unten direkt hinter denen so oh war ich schon wieder nicht im fausenmodus oder was ey das ist nur ein Brunnen Brunnen sind doof die will ich nicht ah oh Gott aber Moment haha nein falsche Richtung so so jetzt kann ich die alle von hier oben erledigen ganz gemütlich ach Moment da holen wir uns die auch noch ran so ja was wollt ihr jetzt tun was wollt ihr jetzt tun oh 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 äh so nicht dass ich jetzt noch ein bisschen zu niedrig fliege ja haha okay na komm okay jetzt treff ich keinen offenbar können wir nicht direkt nach unten schießen na gut wir sehen die ja in dem Moment auch nicht oh oh das war's gut dann einsammeln bei denen lohnt sich das wenigstens noch äh hop 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 äh da oben ist noch einer so merci so da war eine Schatztruhe die hab ich schon gesehen ich wollte nur mal gucken ne hier ist nichts mehr so nein mit dir das war so klar nicht genug Gold oh mächtiges Breitschwert verzaubern mörderknüppel verkaufen so na so so aha verkaufen ja den kann ich glaube ich verzaubern oder naja die kann ich ach doch das Zauberleder konnte ich oder ich weiß es jetzt nicht naja werden wir sehen oh 1500 da jetzt gesteigerter Wert draufkommt und oh ne 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 gut einmal kurz speichern so und dann gucken wir ach ich glaube ne doch nicht ach ich habe die Karte jetzt leider nicht mehr vor Augen ich meine wäre auch komisch wenn ich mir hier jede Karte merken könnte äh ich glaube da müsste ich das wirklich schon seit Jahren durchgehend spielen oh hi ich guck mal generell was das für ein Dungeon ist Staubteufel ich glaube Staubteufel waren sogar wieder die härtesten ihrer Art na na ach da kommen auch noch welche oh nein hier auf den soll ich schießen der hat bisher ja gut jetzt könnt ihr da anschießen so oh ok das war's so mal kurz schauen Tempel der Schlange ah ok gut den können wir uns auch schon mal merken ah hallo hallo ihr kleinen Wölfchen achso hier hätte ich prinzipiell jetzt nicht mal fliegen müssen kommen wir eh nicht übers Wasser aber es sieht einfach noch demütiger demütiger dafür die aus so ist das ein Schrein da vorne ne quatsch das ist ein Tempel des Baal 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 wir sind hier nicht bei bei Diablo da 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 so so und lebt er noch ne scheinbar nicht gut also Hilfe nein wenn dann sollst du das aufnehmen oder eins der beiden Mädels hier in unserer Truppe nein das ist ein Tempel des Baal ja Tempel Mann Baal nicht Baal wie oft denn noch ich bin manchmal doof ich weiß so gut hier wird es wahrscheinlich oh oh hi ach alles so schöne Erfahrungspunkte die wir sammeln können schießen wir erst mal alles weg was was wir so ohne uns zu bewegen noch wegschießen können ne okay dann so bisschen fliegen und weiter geht's oh drei rote dabei wenn jetzt der Fliegenzauber aufhören würde dann wäre ich so ein bisschen wie wie sagt der Weisemann am Arsch so yeah freu dich noch mehr hey oh oh ah nicht dass sie jetzt zu tief liegen hey die ergeben beinahe so ein Pfeil die ganzen Leichen da finde ich so ein bisschen ironisch gerade weil das ist ja was die die ganze Zeit abbekommen so nächster weg und nur noch du okay und dann wieder nach unten und einsammeln ah ja gut ich hatte jetzt wieder nicht drauf geachtet wie ich ausgewählt habe aber diesmal passt es da hinten oh ach da hey selbst im Tod ach zwei sogar wow selbst im Tod wollte er sich noch verstecken wollte ich gerade sagen ach so ach so das war der Tempel ich wollte gerade sagen was haben wir denn da noch auf der Karte ist hier noch irgendeine Truhe oder so nein scheinbar nicht na gut dann geht es wieder ab in die Lüfte äh okay hier geht es nicht weiter so einmal kurz speichern nicht dass wir jetzt in den Tod stürzen äh im Osten hä hier vielleicht ich hatte mir halt wirklich nur die die groben Himmelsrichtungen immer aufgeschrieben ich habe dann später erst daran gedacht dass ich ja auch mal so was wie Zentrum Osten oder so schreiben könnte wenn es halt äh nicht so eindeutig ist also wenn es eher so ein Zentrum halt ist also stücköstlich aber ja so clever war ich zu dem Moment noch nicht in diesem Moment noch nicht so äh hier bin ich jetzt wieder in ja ach ach Moment ich glaube ich weiß wo oh da liegt noch jemand oh Spannerei oh da ist noch eine Schatztruhe achso das ist die äh die müsste leer sein ne ja das war die wo Lord Kilwons Schild drinne war falls ihr euch daran noch erinnert sonst muss ich hier irgendwo nur noch rüberkommen hier kann ich da dann ja oh Gott jetzt wird es gefährlich jetzt wird es echt gefährlich weil ach Moment Moment äh können die ja die können schießen verdammt so oh Gott muss hier so schnell wie möglich dann wieder weg so und hochfliegen Moment ist da noch eine Tore gewesen so können wir uns ja Zeit lassen äh ne schon mal nicht oh Gott diese Geräusche äh okay und weg hier ganz schnell weg hier so okay wir sind erst mal in Sicherheit äh also man sieht schon in dem Gebiet habe ich an sich noch nichts zu suchen aber wir haben äh Blackshire so Drachensand werde ich jetzt noch nicht holen gefrorenes Hochland äh einmal kurz landen bitte so dann Stadtportal Whitecap und nochmal speichern und fliegen so Nordost achso ich bin noch im Rundenmodus jedes Mal da liegt äh ja irgendein Kraut ach das lassen wir jetzt mal also irgendwo im Nordosten ich glaube hier hatte ich das auch so so ziemlich vage aufgeschrieben wo bin ich denn oben wahrscheinlich ja okay da war die Kante gerade Nordosten Nordosten hier komme ich so nicht weiter ach hier hä da bin ich doch schon dran gewesen bin ich jetzt der Meinung oh hab ich noch noch mal ausgerechnet die eine die Fluch heilen kann ist selber verflucht ist hier noch ein Gegner ne ja ein Stück weiter hinten noch aber so so du versuchst mal gleich deinen Fluch zu heilen äh ne hier war das oder Fluch entfernen na klar so und so einmal das und dann nochmal versuchen den Fluch zu entfernen so warten wir noch kurz ach so ich oh wow jetzt hab ich natürlich einen Ring gefunden in dem Moment in dem ich eigentlich äh den Charakter auch wechseln wollte weil es mir aufgefallen ist dass ich wieder den falschen Charakter ausgewählt hab so geht doch so was hast du da für einen Ring oh Mondring ja wird verkauft bei gelegen äh quatsch verzaubert meinte ich so äh ich guck jetzt sicherheitshalber nach aber das müsste welcher sein Nummer äh Nummer 7 müsste müsste das hingewesen sein aber hatte ich Nummer 7 nicht vorher schon äh scheinbar nicht okay 4 5 Nummer 6 ist übrigens auch wieder ein gefährliches Gebiet deswegen mach ich das zum Schluss so Nummer 9 hab ich Nummer 13 wo waren die aalverseuchten gewässer nochmal es sind jetzt aber wirklich nur noch so eine gefährlichen äh Moment ich schreibe äh ich streiche das mal weg was ich schon habe also 1 2 3 fehlen noch äh Nummer 5 hab ich Nummer 7 hab ich also von denen die ich mir aufgeschrieben habe zumindest Nummer 9 hab ich auch naja gut dann sind jetzt noch Schreine oder Obelisken nicht Schreine in oh Gott Sweetwater Paradiestal Einsiedlerinsel und den aalverseuchten Gewässern das kann was werden vor einigen dieser Orte habe ich wirklich äh großen Respekt sagen wir es mal so so dann einmal hier rein äh Nahrung Nahrung hab ich noch genug ähm achso Kuhweisen irgendwo nö ich glaube doch dass die hier lagen oder ich bin mir selber nicht mehr sicher so ach quatsch jetzt brauche ich die Zauber noch gar nicht außer fliegen und äh ja hier du machst deinen schon mal so du machst dann oh fliegen so einmal speichern und hoch mit euch ab in die Lüfte äh quatsch musst du mich jetzt oh Gott da habe ich so viel Bock drauf jetzt nicht ähm nicht landen jetzt am besten ja wunderbar so ich muss nämlich jetzt hier lang ich kann ja nebenbei mal so ein bisschen nach Schatztruhen Ausschau halten äh oh Gott ich muss irgendwo südlich mal eine Gegner frei oh Gott oh nein nein ja 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 sofort verdammt fliegen jetzt muss ich das nämlich alles nochmal neu casten hier so und wo soll der jetzt hier gewesen sein Drachensand Nordosten ähm irgendwo hier ja gut ich kann jetzt einfach die Kante hier quasi lang fliegen so und nebenbei mal hier immer doch ein paar Schutzzauber da ist nichts oh Gott oh Gott ja und irgendwas ist auch kaputt da ist er da ist er da ist er nein oh Gott Leute das ist heftig das ist echt heftig und da unten ist der New World Computing Computing Dungeon da sind wir ja schon mal gewesen so Drachensand von Drachensand aus äh ich glaub nach Osten äh ey nach nach Westen meine ich so äh du zauberst mal schnell Tag des Schutzes oh Gott oh Gott und da sind Truhen aber an die werde ich jetzt nicht rankommen oh nein oh nein ich weiß schon was mich hier erwartet da habe ich jetzt noch nichts zu suchen drin aber es wird nicht angenehm das kann ich schon mal verraten so äh fliege ich noch ja ich fliege noch gut Problem ah hier hier muss ich runter so oh ja Einsiedlerinsel sehr schön äh vielleicht doch äh na geh doch in die Pause verdammt ähm nochmal fliegen wenn ich hier auch ganz schnell wegkomme so dann das ja du machst das schnell so hatte ich Moment ich speichere mal kurz sicher ist sicher so äh Einsiedlerinsel im Osten irgendwo so achso wow ich bin ja schon ganz im Osten oh Gott Titanen ja mit dem werden wir uns irgendwann auch nochmal anlegen müssen ach die Seekreaturen ich glaube die haben keinen Fernkampf oh Gott guckt euch das mal an hier Hilfe 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 ich weiß gar nicht ob das irgendwelche Geschosse sind die da so komische Geräusche machen äh ach da da ist er ja cool so und ganz schnell wieder weiter einmal speichern äh Moment dann haben wir jetzt Einsiedlerinsel auch und Drachensand hatten wir auch gerade kann ich auch wegstreichen Einsiedlerinsel aber Moment hier war doch irgendwo glaube ich einer der beiden Meister war das Licht oder Schatten ich sagte ja schon wenn wir schon mal hier sind können wir sowas dann auch gleich mitnehmen ja 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 ich vermute mal wenn dann irgendwo hier an der Straße würde zumindest es am meisten Sinn machen oh Gott oh ok da geht es nicht weiter gut schauen wir uns mal noch ein bisschen weiter um das lustige ist es gab hier irgendwann mal in einer der ersten versionen einen Bug was ist das denn ein Stein einfach nur ähm das so ein paar sehr harte Gegner ach Moment hier war doch eine Insel glaube ich ja da Tatsache ähm das so ein paar wow wie klingt das denn das so ein paar sehr harte Gegner im Spiel äh lebensenergie technisch so ein Overflow hatten oh das ist ich glaube der oberste Tempel von bar war das eben ne und mit diesem Overflow ähm oh gut mehr ist hier wahrscheinlich nicht hier auf der Insel ähm mit dem Overflow konnten ähm hatten die halt nur noch einen HP die Gegner also die die mit äh eigentlich extrem vielen HP damit konnte man die ganz leicht töten auf der anderen Seite gab es auch irgendeinen Bug mit dem bestimmte Gegner nur oder ne die haben gar keine Erfahrungspunkte glaube ich gegeben und oh da da sind auch Drohnen glaube ich gewesen oder Moment oh nein ich glaube hier ist es gar keine so gute Idee mal in Pausenmodus zu gehen oh hier komme ich nicht weiter verdammt ähm ne aber bestimmte Gegner haben dann halt auch einfach keine Erfahrungspunkte gegeben ach so so Heinsiedlerinseln ich bin mir ganz sicher dass hier einer der beiden Meister war Frage ist nur wo irgendwie sehe ich oh 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 meine arme Klerikerin äh gut landen wir mal verdammt so fliegen einmal aufsteigen in die Lüfte so dann machst du gleich mal Tag der Götter äh dich überspringen wir du machst das so aber Paradies Teil war definitiv irgendeiner so und hier ist im Norden der Obelisk ich weiß nur auch gar nicht mehr wo die Alphaseuchten Gewässer gewesen sind ich glaube südlich vom Sumpf der Verdammten kann das sein werde ich sehen so ähm wie gesagt der Obelisk ist hier irgendwo im Norden ich gucke mich aber trotzdem generell mal ein bisschen um oh was ist das denn hier wo führt denn das hin es ist auf alle Fälle gefährlich hier lang zu fliegen scheinbar ah ok hier bin ich jetzt quasi wieder in der Wüste mhm mhm aber hier ist eine Straße so mal gucken ja ist egal in welche Richtung ich jetzt gerade fliege ich habe beide Seiten noch nicht erkundet so ist doch nicht egal weil da geht es nicht weiter wenn hier irgendwo eine Ortschaft ist und hier bin ich mir ganz sicher dass einer der beiden Meister hier haust aber wenn irgendwo eine Ortschaft ist dann wahrscheinlich an der Straße oder auch nicht wie ich gerade festgestellt habe verdammt so hochfliegen ja 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 na gut hier ist auch noch eine Straße gewesen äh wo bin ich ach da unten bin ich gut ähm folge ich dieser Straße einfach mal in diese Richtung in die andere Richtung ging es ja ins andere Gebiet zurück in äh ach hier oh nein stimmt oh Gott das kann jetzt sehr sehr lustig werden weil man sieht es auch ach da ist er gleich cool äh ja ist aber der falsche verdammt so oh Gott da kann ich irgendwie trainieren scheinbar so aber egal ach so äh da war ja auch irgendwas an Ausrüstung kaputt ne ja repariert repariert oh wow der ist wirklich mal kaputt gewesen der Umhang oh Gott und hier ne der sieht heil aus ne ja so einen kleinen Unterschied sieht man da immer noch repariert so oh wow repariert repariert auf dich haben sie es abgesehen repariert so oh Gott Gegner überall Gegner oh das sind wirklich Gegner das sind keine Opfer mehr für mich leider 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 so hier geht es nicht weiter also denke ich mal ich weiß ich weiß irgendein Obelisk ist mal wirklich in der nordwestlichsten Ecke gewesen und irgendeiner war glaube ich auch ganz weit im Norden na gut hier wird es jetzt gleich nicht weiter gehen genau hier ist Schluss so dann schauen wir mal hier noch ist es hier gar nichts okay achso da geht es hä achso ich bin schon ganz im Norden äh er wird ja wahrscheinlich hier irgendwo sein da habe ich mir das auch wieder ein bisschen doof aufgeschrieben ach da ist er doch so jetzt wird es interessant sind nämlich eine Menge Gegner drumrum so und gleich weg gleich wieder weg so und hier nach Norden da müsste es jetzt nach Sweetwater gehen glaube ich ach die Geräusche so einmal landen bitte ja Sweetwater gleich in Pausen so okay hier ist es mal ein bisschen angenehmer Moment ich will zumindest bei der Ausrüstung immer mal gucken ob da nicht doch irgendwas kaputt gegangen ist äh was wollte ich jetzt eigentlich im Moment ich weiß gar nicht mehr auf alle Fälle wollte ich mal gucken Sweetwater ach Paradies ja doch Paradies Hall hatte ich ja jetzt eben gefunden wusste schon selber nicht mehr wow achso jetzt weiß ich auch wieder was ich machen wollte nämlich zaubern ah ok und hier ist der Zentrum die Map habe ich sogar noch so ein bisschen im Kopf glaube ich gerade nein so die Musik so Tag der Götter du machst gar nichts du machst verdammt du solltest doch Tag der Götter eigentlich machen der ist halt einfach deutlich effektiver jetzt müssen wir doch ein bisschen warten aber hier sind wenigstens keine Gegner also im Moment zumindest noch nicht so Tag des Schutzes jetzt müssen wir noch mal warten weil wir wollen ja auch fliegen oder was der Gürtel repariert tatsache danke für den Hinweis und da gucke ich auch gleich mal bei dem beiden noch nach hier sieht man die Gürtel nämlich immer schlecht ja aber den sieht man gerne mal den Gürtel so wie es mir jetzt gerade passiert ist so na komm und wieder ab in die Lüfte so einmal speichern ich bin neugierig oh okay ich meine es ist halt nur vorübergehend aber das könnte in dem Gebiet durchaus von Nutzen sein und das ist soweit ich weiß zumindest das letzte Gebiet im Spiel also hier ist der letzte Dungeon im Spiel so ach da ist der Obelisk was liegt da noch so Moment ne da ist nichts oh so hier können wir das mal wieder so machen wie gesagt ich glaube das bringt im Endeffekt nichts aber wer weiß vielleicht ja doch so und wenn wir schon mal hier sind können wir uns hier noch ein bisschen um schauen oh eine Truhe ich werde sterben an der Truhe fürchte ich oh naja gut das ging noch oh 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 okay äh hat sich auf jeden Fall gelohnt oh hellenschwert entzieht dem zieltreffer punkte da gucke ich mal ob das sinnvoll ist oh oh ja gut krankheiten oh 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 zauber ja allein schon weil es eine geile rüstung ist plus 15 was war hier feuerresistenz ja 16 und allein der rüstungsschutz außerdem sieht sie um einiges besser aus oh wir haben unser erstes relikt und was für eins kann man das noch verzaubern ach ne äh Kronos ist Kronos ist eher ein magisches Kuro 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 Mann Kuro 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 Hilfe so viele so viele verschiedene Vokale da drin ein magisches Kuro 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 so ist doch eigentlich kein so schweres Wort ähm als eine wirklich nützliche Waffe sie steigert die Vitalität ihres Trägers auf fantastische Weise und senkt sein Glück um die Hälfte Spezialkraft plus 100 Treffer Punkte und minus 50 Glück okay das heißt für für irgendwelche Steigerungen Moment ich kann die ja kann ich ganz normal ablegen dann im Zweifelsfall Kuriosum so Kuriosum Kuriosum aber die ist an sich schon geil gewesen hier die Axt die haben wir auch ganz früh schon gefunden aber die ist natürlich nochmal um einiges besser ich meine gut die macht im Zweifelsfall sogar also die hier macht ja dann an zusätzlichem Schaden also plus 11 plus 6 macht sie 17 bis 26 Schaden zusätzlich und die macht halt nur 14 Schaden zusätzlich aber trotzdem ist schon geil aha ja gut Moment kann ich den verzaubern ne aha Eis Strahl ja gut allein dafür hat sich das schon gelohnt jetzt weil ich hätte halt gern äh hi lotus kuriosum ja ja oh oh okay ach das sollen Ruin sein ich dachte grad das hat hier nicht ordentlich geladen wir sind das meisterteufel oh ne ich fäll hier ganz schnell weg ich will hier ganz ganz schnell weg ich komme noch nicht drüber hinweg dass ich dieses wort hier auch nicht aufsprechen könnte grad kuriosum ist doch nicht so schwer so hier geht es irgendwie noch hoch achso das sind bäume schade schade dass die alle schießen können das ist ein bisschen doof also zumindest die am boden könnten wir sonst nämlich wunderbar auseinander nehmen so oh god ja jetzt bin ich gelandet ne ach ich kann nicht mehr fliegen oh was haben wir hier der hort das ist der letzte dungeon im spiel blablabla technisch für die gebiete die ich jetzt eigentlich machen sollte demnächst ja dafür bin ich gut gewappnet glaube ich behaupte ich einfach mal haben wir hier auf alle fälle ruinen ne sah eben aus wie eine truhe naja für die gebiete die ich jetzt als nächstes eigentlich machen geht es hier noch weiter ne ne gut hier ist das ende der welt quasi also auf der seite aber für so die späten gebiete da sind wir noch absolut unterleveld hier ist noch eine große fläche zum untersuchen fliege jetzt einfach mal so quer durch kuriosum ich glaube so so ein faux pas wird mir nie wieder passieren einfach weil ja weil das eigentlich peinlich war so peinlich dass ich ab jetzt immer drauf achten werde behaupte ich einfach mal da ist noch ein achso das war der mit plus 50 ne ja das war der ganz am anfang gut ich fliege noch einmal hier so diesen streifen ab aber ich glaube nicht dass da noch irgendwas von relevanz ist aber vielleicht ist ja irgendwo noch eine schatztruhe an die wir leicht ankommen und so was ist natürlich nie verkehrt Hilfe ne schatztruhe nicht aber Gegner so und hier waren wir schon das war ja das Ding da war ich sogar kurz im nahkampf gegen die bin ich nicht mutig so dann werde ich jetzt mal ja was war dieser große turm dann ich dachte im ersten moment das ist der letzte dungeon ich habe das gebiet hier selber auch noch nie gesehen ich weiß halt nur aus dem speedrun wie das letzte gebiet heißt macht der irgendwas ist hier irgendwas oh irgendwas außer Gegner meinte ich und ja da ist was kaputt gegangen so schauen wir einfach mal kurz ich guck mal generell mal durch Gürtel ne ok dann ist bei ihr im inventar irgendwas darauf hatte ich jetzt nämlich achso ich wollte ja auch wegen der links mal gucken ne hm komisch hier wegen dem Schwert wollte ich auch mal gucken 4 wie 5 plus 8 und das macht wie viel 3 wie 3 hm 3 wie 3 das sind durchschnittlich 2 also 6 äh sind 18 sind äh plus die 4 bis 10 Elektroschaden also 2 äh 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 Moment 7 ja äh 18 hatte ich gesagt also 25 Schaden im Schnitt das macht halt 2,5 sind 10 sind 18 Schaden ja aber ein zieht halt auch äh ich behalte mal doch das Schwert ich meine die sind beide geil davon mal abgesehen aber ich behalte mal das Schwert äh einfach weil das zum Beispiel gegen Schleime auch ganz gut ist so äh hier war doch auch irgendwo ein Pfad bin ich der Meinung hm oder nee das war glaube ich im letzten Gebiet noch naja gut so dann einmal hier landen so und hier kommen wir nämlich jetzt nach Kriegsfeier zurück äh kurz anders hinsetzen ich sitze hier mal so blöd im Schneidersitz deswegen das äh ja ist auf Dauer nicht gut glaube ich einmal kurz das aktivieren ach stimmt im Norden von Kriegsfeier sind ja auch Drachen ekelhaft so aber wir haben zumindest den Obelisten in Sweetwater und jetzt müsste ich gucke gleich nochmal sicher selber nach müsste eigentlich nur noch die Nummer 13 fehlen der in den alpha seuchten Gewässern so so 1 2 3 4 5 6 7 8 19 11 12 ja toll 13 14 14 15 15 auch gar nicht angezeigt das wäre jetzt doof wenn ich wäre es im vorfeld nicht aufgeschrieben hätte ich meine gut da wüsste ich halt wenn ich noch nicht alle habe wüsste ich dann ja dass halt ab 13 noch irgendeiner fehlen muss aber 14 15 haben wir auf alle fälle schon so wo waren jetzt nochmal die aalverseuchten Gewässer ich glaube zumindest dass es aber Moment ich kann ja hier erstmal in Ruhe die greifen mich ja da hinten nicht an oder da ich ja jetzt achso ich bin noch im Pausenmodus da ich jetzt nicht reise sondern das so mache also teleportiere dann gleich kann ich ja jetzt die zauber auch hier schon ganz in Ruhe aussprechen Tag des Schutzes naja gut jetzt machst du doch nochmal den so kurz warten fliegen ach ne fliegen habe ich auch gar nicht mehr stimmt ja na komm so und ich glaube in alphaseuchten Gewässern ist dann der Dings gewesen äh fliegen genau äh der meister des lichts so bup bup jo jetzt nochmal kurz warten bis ich dann äh teleportieren kann ich wollte gerade sagen Stadt Portal bringt ja gar nichts aber müsste ja hier noch ja sumpf der verdammten oder so hä was oh nein nein bitte nicht oh verdammt äh leuchtvoll ja ach ich liebe es und hi Harald gut äh es tut mir leid dann müssen wir halt doch obwohl hier kann ich auch gleich mal gucken hier sind die aber gar nicht aalverseuchten gewässer und von freehaven nach süden komme ich in den sumpf der verdammten nach Norden halt nach Whitecapt ist klar nach Westen nach Blackshire Osten in die Schmuggler Bucht hier ist äh Burg Ironfist dann von dort nach Osten nach Neuss Horpigal hier oben ähm ne 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 das gehört hier mit dazu das ist noch Silverkauf so das ist immer so in drei Reihen aufgeteilt das sieht man jetzt hier zwar schlecht aber glaubt mir einfach es ist so äh Blackshire nach unten ist dann Drachensand nach oben Blackshire aus nach oben na gut ähm ich bin ja von von hier oben da sind die Sweetwater gewesen gerade und dort bin ich ja nach Osten gereist und direkt in das gefrorene Hochland gekommen das heißt hier wird Paradies Tal Blackshire sein von Blackshire nach Norden ja werde ich dann entweder nach Sweetwater oder ins gefrorene Hochland auch kommen ähm so nach Süden Drachensand hier war dann die Einsiedler Insel wo ist wo sind die aalverseuchten Gewässer 1 2 3 4 5 äh hier ist Paradies Tal 1 2 3 4 5 ich zähle gerade so die die Gebiete ab äh und 1 ja Moment hier hier haut das nicht ganz hin aber da oben wenn überhaupt dann hier Moment ach das oh Gott da steht ganz klein ihr irgendwas wort das okay das hat man tatsächlich kaum erkannt eben ähm ja toll aber wie komme ich denn da hin ich muss ja irgendwie auf dem Boden sein um dahin zu reisen oh Gott stimmt ja hier sind ja auch Hafien die sind jetzt glaube ich auch gar kein Problem mehr nicht da ist die ecke gewesen aber einige der Hafien die sind ja also die die ähm äh nein nicht Hafien Gargolz meine ich natürlich und einige von denen können ja nur mit Magie verletzt werden kann ich mittlerweile zwar auch mit Waffengewalt machen weil ich genug Waffen habe die irgendwie verzaubert sind achso das war der Steinkreis und ich muss halt quasi hier irgendwo lang fliegen wie komme ich in die aal verseuchten Gewässer ha das war hier eigentlich nochmal hallo ach meister starb so ok da ist ein obelisk aber den habe ich schon hm ich kann höchstens mal hier weiter fliegen mal gucken ob da irgendwo ich fliege mal direkt an der Kante lang dann sehe ich das ja immer ah von hier vielleicht ja das sieht gut aus das sieht gut aus was haben wir hier noch hier bin ich ja bis oh achso ah au 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 Moment stimmt die wow alle mp weg ja die können zwar ein bisschen schaden austeilen ich mein geht mittlerweile eigentlich aber so prinzipiell ne achso ich wollte gerade sagen die können ein bisschen schaden austeilen aber die halten halt selber kaum was aus deswegen ist das vielleicht gerade gar nicht so verkehrt hier mal ein bisschen ruhe zu sorgen na komm aua 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 nehmen wir erst mal dich hier schnell ach hinter mir sind auch etliche noch ne ja naja gut etliche Oh, ja, rauchen wir alle MP. Oh, ho, ho. Na komm. Wie war das mit, die halten nicht so viel aus? Aber gut, ist auch eine Erzdroide. Ich wäre enttäuscht, wenn die jetzt auf einem Punkt mit einer Salve sterben würde. So, langsam würde ich doch mal ein bisschen heilen. Bin ich dann doch ein bisschen zu zuversichtlich gewesen, fürchte ich. Machen wir mal hier. So, äh, ein bisschen Kraftheilung. Ah, okay, hier ist erstmal Ruhe. Moment, ja. Dann fliegen wir da mal noch hin. Oh, Gott, das... Oh, noch so viele. War doch eben nur eine. Gibt es da noch eine Großdroide? Das ist auch ein bisschen noch... Oh, Baum. Oh, ho, ho, ho. Moment, fliegen wir mal ein Stück zurück. Oh, Gott, da sind auch noch... Na gut, das sind nur zwei normale. Da hinten sind noch ein paar Gargoyles, geil. Versuchen wir mal, die so... ...mehr oder weniger einzeln auszuschalten hier. Und ich will natürlich auch die Beute haben. Dafür müssen die erstmal weg sein. Großdroide... Großdroide... Moment, holen wir erstmal die vom... ...vom Himmel, wollte ich gerade sagen. Nee, hier sind die im Himmel. Ach, da ist auch eine Schatztruhe gewesen. Oh. Großdroide weg. Droide weg. Oh, ja, 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 ja. Ja, du, lass mich doch auch mal. So, 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 natürlich bist du als Letzte dran. Oh, noch mal ein bisschen Kraft heilen. Aber Moment, ich kann doch auch... ...habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ich kann doch immer mal so ein bisschen hier hoch und runter fliegen. Okay, der Pfeil sah ihm sehr komisch aus. So. Ist das ein Erzdroide? Vielleicht... Nee. Normaler Droide, ja. Oh, das... Da ist aber ein Erzdroide, verdammt. Hopp, hopp, hopp. Oh Gott. Wir... Wir haben doch einiges an Schaden geschluckt jetzt. Ja, das macht halt wirklich die Masse in dem Fall. So. Wenn ich noch schnell weghau'n... Oh. Die machen zwar am wenigsten Schaden, aber sie machen halt trotzdem... ...immer mal... ...wieder... ...das war... ...der normale Droide. So, und jetzt... Achso, oh, das war's. Wir haben es geschafft. Oh, das... ...wieder ein Schwert im Stein. Ja. Oh. Helden-Schwert des Drachen. Wow. Oh. Oh. Ja. Definitiv. Hä? Was? Ach, das ist ein Zweihandschwert, oder? Ja. Ja gut, dann ist es deutlich weniger... ...weniger attraktiv gerade... ...geworden. Ja, 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 Iwok. Das weiß ich eigentlich. Ich vergesse es nur irgendwie immer wieder. Aber trotzdem danke für den Hinweis nochmal. Kann ja immer mal sein, dass ich sowas tatsächlich nicht weiß. Nicht genug Gold. Aha. Nicht genug Gold, um diese Truhe zu öffnen. Hm. Ah, ich bin bei... Oh. Oh, wow. Geheimstab der Felsen. Was ist das denn? Der aus einem rötlich Metall gemachte Zauberstab wird von einem am Ende angebrachten Schlangenei gekrönt und enthält eine mächtige Verzauberung. Äh, ja. Verzauberung des Nichts. Oder? Nee. Um diesen Zauberstab einsetzen zu können, muss sie ihn wie eine Waffe benutzen. Äh, okay, der hat eine Verzauberung. Hm. Steht nur nicht. Oh, oh, wow. So ein Ring steht dir doch bestimmt besonders gut. Jetzt haben wir hier Rüstungsklasse. Äh, der bleibt. Intellekt und Charisma, ja. Intellekt, äh. Hier, Charisma braucht er nicht. Und. Intellekt, äh, ja. A plus 5. Da nehme ich dann lieber doch den. So, zweite Seite. Nö. Einmal speichern. So, und jetzt geht das Ganze aufräumen hier los. Ach, nee. Geht's noch nicht. Nein, 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 nein. Ah, ich wollte gerade sagen, es ist Leben. Weil es ist keiner. Es hat keiner das Bewusstsein verloren, aber doch. Gotik-Amulett kann verzaubert werden. Und. Langweilig. Gut, ähm. Ich mach mal kurz eine Kraftteilung. Ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll mit aufsammeln. So viel. Neben Süden mal lieber nicht, weil. War ich hier schon drin? Ja. Weil da sind. Naja, gut. Jetzt reihe ich doch wieder nach Süden. Naja, aber da hatte ich gesehen, dass da noch Gegner sind. Und da ist irgendein Tempel noch gewesen. Da muss ich auch gleich mal schauen. Ah, lala. Ach, jetzt sah mich auch schon wieder mit dem falschen ein. So. Und hopp, hopp. Äh, komm. Ich komm da nicht ran, verdammt. Oh, das würde mich jetzt die ganze Zeit triggern, dass da noch so ein grüner, äh, so ein gelber Punkt ist, meine ich natürlich. Aber gerade so außer Reichweite. Warum ist denn das da so rot? Da ist doch kein Gegner mehr, oder? Nee, okay. Das irritiert mich nämlich auch gerade so ein bisschen. So. Da hinten waren irgendwo noch Gargoyles, aber. Ich glaube, die sind weit genug entfernt. Ah, nee, die kommen. Und, das ist ein Diamant. Oh Gott, das sind drei Diamant-Gargoyles, ne? Ja, gut. Ich mache irgendwie Schaden, aber. Oh Gott, nee, nee, da sind mir zu wenig Schaden gerade. Laufen wir mal einfach weg. So. Weg noch. Schnell alles einsammeln. Was sind die Leiche? Ach, da. Hopp. Das ist die Leiche, die mich triggern wird, da oben. So, aber hier ist noch irgendein Punkt. Achso, ach, ja, das war das Schwert im Stein. Richtig. Richtig. Was ist denn mit, mit unserem Magier los? Hä? Oh, ich kann gar nicht mehr fliegen. Verdammt. Ich wollte da eigentlich rüberfliegen. Aua. Hä? Ach, der ist gelähmt. Kann das sein? Gelähmt, ja. Äh. Habe ich Lähmung heilen? Wunden heilen? Furcht, Funktion, Nervenschock. Bestimmt der eine Zauber, der mir hier fehlt. Ich glaube, das ist tatsächlich der eine Zauber, der mir da fehlt. Verdammt. Äh, gut. Ja, das ist das Doof ist, ähm, das ist jetzt genau der, mit dem ich hier eigentlich sonst wegkommen würde. Ach, verdammt. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich weiß nicht, ähm, ich kann einfach mal versuchen, hier wegzugehen. Ach, toll. Da geht's nicht weg. Ha. Wie? Wow. Oh, jetzt wird's langsam eng hier. Jetzt wird's langsam echt eng. Ach Gott, nee, nee, nee. Äh, ich muss es probieren. Ja, wow, hat geklappt. Ach Gott, hier sind überall noch Gegner. Überall. Weg, 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 weg. Och Gott. Die Geräusche. Ähm. Ab in die Stadt. Ja, ab in die Stadt. So. Nein, 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 nein. Oh, falscher Knopf. Oh, wow, okay. Nächster, äh, Laden. Ja, toll. Mit dem Spielstand ist unser Magier noch gelähmt. Das ist natürlich ein bisschen doof jetzt. Nein, nein, nein. Obwohl die... Wow. Äh, ja. Habe ich mich hier in eine etwas prekäre Situation gebracht. Moment, was... Ich, ich muss jetzt öfter mal speichern und dann immer versuchen, hier so Schritt für Schritt weiter zu kommen. Ich will nur sowieso mal gucken, was das hier ist. Oh, die Festung des Kriegsherren. Merken wir uns mal. Aber, äh, ich hatte es irgendwann schon mal gesagt. In einem der letzten Streams. In der Festung des Kriegsherren findet man nicht den Kriegsherren. So, okay. Zumindest sind die wieder soweit geheilt. Nur, ist hier ein Tempel gewesen? Ja, ich... Ne, Quatsch, das ist die Burg. Ich brauche ein Tempel. Ich brauche irgendwoher ein Tempel, mit dem ich... ... unseren Magier wieder heilen kann. Hm, Moment. Ich muss doch irgendwo ein Tempel sein, oder bitte? Ne, ich glaube, hier hatte ich schon mal geguckt, ne? Ich glaube, hier war keiner. Verdammt. Gut, ähm... Da drüben war, glaube ich, auch keiner. Äh... Ne, 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 nicht nach Silberkauf reisen. Obwohl, könnte ich jetzt eigentlich auch, weil... Achso, ich bin hier unten. Ah, ich... Oh Gott, stimmt, da oben ist ja überall Schnee. Ich war jetzt gedanklich gerade... ...oder, ich war gerade bei dem Gedanken, ...dass ich da oben in einem Derdörfer bin. Aber das ist ja Blödsinn gewesen. So, hier ist der eine Dungeon, ...bei dem ich absolut keine Ahnung habe, wie man da weiterkommt. Da habe ich auch noch nichts rausgefunden. Ich hatte aber auch nicht allzu intensiv gesucht, muss ich ehrlich sagen. Also, hier, der Dungeon da. Da war ja, äh... ...etwas, das sah aus wie eine Tür. Och, toll, jetzt sind die echt noch verflucht worden vorher. Oh, was? Oh, oh, die Gegner sind neu gespawnt. Das heißt im Gegenzug, ...dass auch die Hufeisen neu gespawnt sind. Hm, das gefällt mir. Achso, äh... ...stimmt, du kannst mal... Oh, mir ist auch die Nahrung ausgegangen. Und mittlerweile, ähm, weiß ich auch... ...ich glaub, das hatte ich jetzt noch gar nicht gesagt. Aber, äh, ich hatte mich ja öfter mal gewundert, dass das mir die Nahrung, äh, dass ich plötzlich keine Nahrung mehr habe. Das liegt einfach darin, wenn man reist, verbraucht man auch Nahrung. Wenn man dann, weiß ich, äh, von einem Gebiet ins andere reist. Also, wenn man in der Kutsche reist und so nicht. Ähm, aber wenn man halt so von einer Karte zur anderen zu Fuß reist. Dann, ähm, verbraucht man halt Nahrung. Möge das Glück mit dir sein. Äh, je nachdem, wie viele Tage das sind. Ich glaub, pro Tag dann auch immer nur einmal Nahrung. Da bin ich mir jetzt grad nicht ganz sicher. So, äh, jetzt muss ich erst, erst mal schnell die Stelle durchsuchen. Also die Stallungen. Ich wollte mir das Wort Stallungen noch angewöhnen, damit man das unterscheiden kann von Stall im Sinne von, äh, 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 von, nein, von, von Stelle im Sinne von die Orte. So. Sehr schön. Und unten ist auch nochmal eine Stallung. Wenn ich halt sage, die Stelle, dann können es halt die Stallungen sein oder halt die Orte. Deswegen. Deswegen würde ich mir das angewöhnen, ne? Äh, hä? Ach man, jetzt komm ich hier wieder durcheinander. Hier. Hier ist auch irgendwo das Ding noch gewesen. Wo, wo, wo war hier jetzt nochmal der Stall? Es gibt hier zwei, das weiß ich. Wo ist nochmal der zweite? Oh, Moment, ich, 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 ich geh erstmal rasten. Wenn ich schon mal hier bin, nicht, dass ich da nachher auch noch ewig rumrenne. So, so wie jetzt. Verdammt. Hier? Äh. Hallo, komm herein. Frohen Aufenthalt. So, und gleich nochmal Nahrung kaufen. Hallo, komm herein. Kommt sofort. So. Hä? Was ist denn mit euch beiden noch los? Was guckt ihr denn so grimmig? Ach so, ihr seid... Hä? Ach, hatte ich das gar nicht? Äh, ich hatte es wahrscheinlich zu... Ja, stimmt, klar. Ich bin ja, ähm, verflucht, verflucht worden. Genau in dem Moment, in dem ich halt, äh, von einem Ort zum anderen gereist bin. Also direkt davor, so. Und, äh, dadurch sind halt fünf Tage. Es müssten da auch fünf Tage sein, der vergangen sind. So, wo ist jetzt der andere Stall? Und, äh, ja, dadurch ist die Verfluchung jetzt so weit fortgeschritten, dass ich es, äh, halt selber nicht mehr heilen kann. Aber gut, wir haben ja hier noch ein Tempel. Deswegen war eben das Heilen in dem Tempel nämlich auch so teuer. Wo ist der andere Stall? Verdammt! Der, den ich halt so selten nutze. Naja gut, ich nutze den anderen irgendwie auch nicht mehr, seit ich, äh, also spätestens, seit ich, ähm, teleportieren kann. Da gibt's ja wirklich nur noch wenige Orte, an die ich... Ach, hier? Ne, das ist, äh, das ist der. Den hab ich schon. Ne, so weit hinten war der andere aber auch nicht. Ach man, wo ist der andere Stall? Ich will die beiden Hufeisen haben. Äh, Moment. Der Stream leckt gerade extrem, kann das sein? Moment mal. Ich weiß gar nicht, ob er mich jetzt überhaupt hört. Äh, ich schreib deswegen sicherheitshalber... Oder, oder leckt der, oder nicht? Ich hab hier die Anzeige und ich hab jetzt 3786 verworfene Frames gerade. Moment aber, scheint sich beruhigt zu haben. Oder? Äh, 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 äh. Hm. 3786, ja. Gut, äh, scheint, scheint wieder zu gehen. Ich bin noch da, oder? Also nur, nur zur Sicherheit mal. Hm. Na gut, ich such mal weiter nach... ...dem Stall und dann... ...seh ich ja... ...ob hier noch irgendwas... Äh, okay, der... ...leckt schon. Ja, was ist denn hier los gerade? Oh, nicht, dass mein Internet jetzt heute hier rumspinnt. Ähm. So, ich speichere mal. Aber ich wollte ja sowieso, äh, einmal gucken, wie ich... Äh, Mann. Ich starte mal ganz kurz den Stream neu. Weil, jetzt hab ich nämlich schon wieder Frame Drops wie sonst noch was. Und ich schreib's auch sicherheitshalber mal kurz in Chat rein. Falls ihr mich grad nicht hört. Ich starte mal kurz den Stream neu. So. Und...